Sie wollen keine Abstriche bei Ihrer nächsten Investition? Sie wollen die perfekte Lage? Sie wollen die Nähe zur Innenstadt von Braunschweig und trotzdem die Ruhe und idyllische Lage, nach der sich Ihre Mieter sehen? Herzlich willkommen in Braunschweig von der Lage! Mitten im grünen Gelegen erwartet Sie heute ein vollvermietetes Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten, das seit dem Umbau von 2004 mit sehr hochwertigem Wohnraum auf Sie wartet. Was dieses Mehrfamilienhaus so hoch attraktiv macht und die Fluktuation so gering? Gartenanteil, Terrassen, Balkone und für die kalten Monate Sauna und Kamin? Sind das Ausstattungsmerkmale, auf die Sie gerne verzichten würden? Auf dem ca. 88 Quadratmeter großen Grundstück erwarten Sie insgesamt 600 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche, drei Stellplätze sowie zwei Garagen. Ihnen hat die Mobilie gefallen? Lassen Sie gerne ein Like da und kontaktieren Sie mich. Ihr Sorglosmakler Sören Beckers